Moin Moin und einen wunderschönen Mittwochabend hier aus dem regnerischen Köln. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Wir haben lange darauf gewartet. Es regnet mal wieder. Die 7 für 7, die ich euch gestern im Video gezeigt habe, heute schon wieder gelandet in Köln-Bonn. Auch bei diesem Wetter. Vorhin vor einer halben Stunde war es noch trocken. Ja, also ich muss sagen, dieser Balkon, da habe ich normalerweise Sitzkissen drauf, die bei den Stühlen stehen normalerweise hier, damit ich mich sonnen kann, wenn die Sonne scheint. Ja, so sieht es aus. In der Küche, da steht ein kleiner Tee. Mal gucken, ob ich zeigen kann. Könnt ihr es erkennen? Mir Samir. FC Bayern München-Tasse. FC Bayern München ist der Meister geworden. Das war eigentlich klar. Ja, und jetzt bin ich hier in meiner Wohnung. Eigentlich wollte ich heute Abend auch mal schnell zum Reinen spazieren gehen. So sieht es nämlich aus. Ja, was gibt es auch zu erzählen? Einige haben sich ja gewünscht, dass ich heute Abend ein paar Regenimpressionen mache. Vielleicht schaut man zum Hintergrund. Ich gehe jetzt nochmal nach draußen, weil so sieht es nämlich aus. Endlich kuschel Luft. Dieser Regen reinigt die Luft. Und ja, das soll es gewesen sein. Tschau mit Frau Robin. Tschüss.